Hallo, mein Name ist Lukas Hirtzberger. Ich bin Lehrer für tiefe Blechblasinstrumente, Posaune und Tenorhorn. Ich spüre euch jetzt mal was vor, aber zuerst muss ich noch was zusammenbauen. Und zwar meine schöne Posaune und dann könnt ihr mal hören, wie sich dieses Instrument anhört. Das war die Posaune, ein Blechblasinstrument. Und mein zweites Instrument hier ist das schöne Tenorhorn. Gehört auch zu der Gattung Blechblasinstrumente und funktioniert gleich wie die Posaune und zwar, ich muss Luft hineinblasen, aber damit ein Ton rauskommt, muss ich auch meine Lippen in Schwingung versetzen. Ich bin Lehrer für das große Zeugnis. Ich bin Lehrer für das große Zeugnis. Ich bin Lehrer für das große Zeugnis. Vielen Dank.